Frankenstein Ich wurde vor 200 Jahren zum Leben erweckt. Ich bin wie niemand sonst. Mit deiner Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer wirst du den Menschen überleben. Setze diese Gaben ein. In einem Krieg, in den du schon verwickelt bist. Ich gehe meinen eigenen Weg. Du kannst die menschliche Rasse nicht retten. Nichts kann ihren Untergang aufhalten. Komm mit mir. Es gibt eine Armee von Monstern wie mir. Zehntausender. Es wäre das Ende der Menschheit. Es endet heute Nacht. Als ich dich kennenlernte, blickte ich in deine Augen und sah Finsternis. Ich bin ein Monster. Man ist nur ein Monster, wenn man sich wie eins verhält. Frankenstein muss vernichtet werden. Wenn und nicht die Mathe sind, dann flüge ich in die Aufmerksamkeit. Aber ich will dich bemerken. Das ist alles fertig. Gott wird dich verdammen. Damen, das hat er schon.